Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video mit dabei ist heute leider Gottes Idee der Alphastein 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 Alphastein, würdest du vielleicht so nett sein und mit mir reden, wenn ich jetzt mit dir aufnehmen möchte? Das wäre echt cool Baby! Ja Ich entwickle mich! Du entwickelst dich? Ah! Warte! Was passiert hier? Hals, Maul, Digga! Was ist das? Ach Junge, nein, Digga, wo hast du diesen Skin her? Geht dich gar nichts an! Stein, wo hast du diesen Skin her? Ein geheimer Trick Ein geheimer Trick Ein geheimer Trick Bist du in den Media Markt gelaufen hast, um Samsung Galaxy Tab Nein, das darf man nicht Hast du es gemacht? Nein, das ist essentiell Hast du dir extra das Handy dafür gekauft? Wer weiß Oh Gott, du Volltrottel Ja Leute, wir spielen heute ein bisschen Spielwiese Alphastein wollte mir etwas zeigen Ich habe jetzt auch gerade schon gesehen, was ihr mir zeigen wollt Und zwar seinen neuen Skin Und ja, was machen wir jetzt genau, Stein? Ich muss angeben Mit deinem Skin Ja! Okay, lass uns mal schauen Der sieht wirklich krass aus, Alter Das... Oh Junge, der sieht heftig sick aus, Alter Wirklich Bist du da, Digga? Ja, schon ein bisschen Mein Season 2 Skin kann da nicht ganz mithalten, Alter Nochmal, deine Video-Idee war jetzt, dass du hingehst und Leuten den Skin zeigst und damit angibst Nein! Sondern? Jetzt möchtest du von Lobby zu Lobby gehen und allen Leuten deinen Skin zeigen Ja, das ist schön Ja, dann... Ja, gut Alles klar Gut, dann schauen wir doch mal Leute, was sich dabei entwickelt, Stein Ich meine vielleicht... Oh! Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee Warte, 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 warte Ich habe eine Idee Oh! 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 Hallo! Hallo? 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 Stein, ich möchte jetzt in der Lobby sein, wo ich mit Leuten reden kann. Das macht so keinen Sinn. Ah, ich habe ein Hallo gemacht. Hallo, hallo. Siehst du die Haut? Hallo mein Freund! Ich bin ein Hacker! Sie wissen, wie viel diese Haut ist? Diese Haut ist ziemlich, ziemlich rar, Bro. Gute Haut, Bro. Gute. 1.000 Euro, diese Haut. Ich bin ein Hacker! Er ist ein Hacker. Du kannst mit seiner Hacker sagen. Willst du auch die Haut? Willst du die Haut haben? Ja. Okay, so... Wir sind hier. Du willst sie haben? Ja. Okay, dropp mit uns, dropp mit mir. Komm, komm, komm. Komm, komm hier, komm hier. Komm hier. Take this one, take this. And put it on, please. Can you put it on? Ey, der macht dir einfach alles, was wir sagen, Stein. Okay, now, please follow me. And sit in this bush, okay? Sit here, sit here. And then... Can you... Can you, like... You know what sound an owl makes? You know owl? An animal? Oh, you know dog? You know dog? Can you bark like a dog? Guff, guff, guff. Yes, yes, yes. Guff, guff. Little bit louder, please. Can you do it again? Yes, yes. Waff, waff. Okay, nice one, nice one. Now, come with us. Come up here, come up here. Bro, go up here. Okay, sorry. That was a prank, okay? Now, we're gonna show you how to get the skin, okay? Okay, wait, 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 wait. Stop, 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 stop. Wait, wait. Bro, push alt alt f4 together, okay? Push it. Push it on the keyboard. And then we send your friend request and give you the skin. Oh man, Alter. Das kann doch nicht sein, dass das funktioniert. Jedes gottverdammte Mal. Stein. Alter, du zwingst die auch dazu. Ich zwing die doch nicht dazu. Ja. Nein, tu ich nicht. Der hat das freiwillig gemacht. Er hätte Nein sagen können. Er hätte Nein sagen können. Okay. Stein. Wollen wir jetzt... Mann, die tun mir so leid. Warum tun die dir denn leid? Nur das Spiel von denen schließt sich da. Die verlieren ja nichts. Das ist ja nur eine Playground-Runde. Alles gut, okay? Alles gut, wirklich. Schau mal. Und die Leute haben dadurch keinen Nachteil. Sie lernen halt nur, dass sie nicht... Aber die wollen Playground spielen. Ja, aber sie können ja nochmal eine Runde starten. Das kostet ja kein Geld oder sowas. Weißt du, was ich meine? Nein, tut's ja nicht. Es kostet Zeit. Strom kostet auch Geld. Während der PC dann verdienst du Geld. Ja, aber deshalb ist der... Deshalb hab ich das ja runtergefahren, das Programm. Damit sie nicht so viel Strom verbrauchen. Siehst du, das ist ja nett von mir. Stein. Pass auf. Ja, aber das Programm zieht nicht mehr so viel Strom. Weil das Programm geschlossen worden ist. Das macht ja sogar Sinn. Also Stein. Pass auf. Es tut mir leid, Leute. Ich glaub, das war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Wirklich. So, meine Freunde. Nachdem wir jetzt natürlich wieder ein paar Leuten im Internet gezeigt haben, dass sie nicht auf allen und jeden hören sollten, wie mich, ist es dann glaube ich jetzt soweit, dass wir auf jeden Fall gemeinsam nochmal ein kleines Squad spielen. Und versuchen jetzt einfach noch einen Rant zu holen. Stein, du hast richtig Bock jetzt zu rasieren, oder? Ja, ich bin besser geworden. Ja, das hab ich eben bei dem Video gesehen, Leute. Schaut auf jeden Fall mal Al vorbei. Der hat sich echt gemacht. Der ist echt nicht mehr so scheiße wie vorher. Also das war schon echt... Ich fand ich scheiße. Gut, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, aber ja. Okay, Stein, pass mal auf. Komm mal mit. Okay, bleibt mal einfach da stehen. Bleibt mal da stehen. Ich möchte mal gucken, wie die Leute auf diesen Skin reagieren. Wenn du jetzt hier stehen bleibst, kommen die Leute wirklich zu dir und sowas? Ja, eigentlich ja. Ich hab's auch auf YouTube gezeigt. Guck jetzt. Oh mein Gott. Wo ist mein Galaxy-V? Hallo? 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 Du sprichst Englisch? Nein, nein. Französisch. Aber ein bisschen Englisch? Package! Package! Lass uns Lazy Links drohen, okay? Lazy Links! Wo bist du denn gelandet? Find ich den nicht? Hör mal auf! Ich hab gestalt. Alles gut. Werde leider. Oh. Ja. Das war's dann komplett. Ja, Leute. Das Fazit des Ganzen. Hört nicht auf alles, was die bösen Onkel im Internet sagen. Und vor allen Dingen bin ich echt erschüttert und leicht verwirrt darüber, dass Leute einfach wegen dem Skin alles machen, was ihnen irgendein random im Internet sagt. Aber, ja, scheinbar, ich mein, er ist schon ziemlich geil und ich würd dafür wahrscheinlich auch echt einiges tun. Gut, ich würd sagen, wir spielen jetzt einfach noch einen Squad. Es tut mir leid, ja? Wir spielen jetzt einfach noch einen Squad. Meine Freunde, Alpha Stein kann seinen neuen Skill, den er jetzt sich angeeignet hat, auspacken. Ich fahr'n da was, ich fahr'n da was, ich fahr'n da was, ich fahr'n da was, ich fahr'n da was. Schau' auf YouTube! Die Skate kostet 1000 Euro! Nein, wie wärs, wenn du aufhörst, du flexen und einfach jetzt mithilfst, also... War auf jeden Fall von denen gut gegeben, aber ich hab das selber kassiert. Ich hab keine Mats, gar nichts. Ich hab gar nichts, Digga. Ja! Das lief ganz gut. Ich glaube, Stein, es wäre hilfreich, wenn du, anstatt deinen Skin zu zeigen, dann auch vielleicht einfach mitspielst. Ja, klar. Es geht ja in Fortnite eigentlich nur um die Skins, oder? Ja, egal. Wir versuchen das auf jeden Fall jetzt nochmal, Leute. Vielleicht, Stein, wäre es einfach ganz nett, wenn du ganz normal mitspielst, weil letztendlich ein Skin macht dich auch nicht besser in dem Spiel, weißt du, was ich meine? Ja, versuch ich. Doch, ich seh besser aus. Ja, du siehst besser aus, aber bist du auch besser? Bist du jetzt ein besserer Mensch, nur weil du diesen Skin hast? Nein, aber besser als Spieler. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, das hat auf jeden Fall toll geklappt. Mit einer grauen R und 7 AP kann ich da nicht viel machen. Nein, weißt du, das Problem ist halt, dass du die ganze Zeit rumläufst und allen Leuten dein Skin zeigst. Es liegt an der Uhrzeit. Es liegt darin, dass du allen Leuten dein Skin zeigst und nicht vernünftig mitspielst und dir keine Waffe holst. Stein, also vielleicht... Ja, gut. Und Runde Nummer 3 dieser schmerzhaften Angelegenheiten. Ich bin auf jeden Fall super gut gelaunt und hab richtig Bock mit Alpha Stein, der kein bisschen mit seinem Skin rumflext. Hallo? Zauber-Element. Sprichst du Deutsch? Zauber-Element. Zauber-Element? Hallo? Zauber-Element! 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 Stein, den müssen wir totboxen. Komm, der hat nicht mehr viel. Stein, helf mir! Auf geht's! Ja, zieh mich hoch, Stein, zieh mich hoch! Boxt die anderen beiden tot, boxt die anderen beiden tot. Ich hab die beiden gedaukt, genau. Zieh mich hoch. Kannst du mir... Drop mir Munition direkt. Pistolen-Munition bitte, ja? Stein, mach doch weiter, Mann! Drop mir Pistolen-Munition bitte. Ey! Mann, Stein! Du dämlicher Volltrottel! Gib mir Pistolen-Munition, schnell! Schnell, 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 schnell! Und was zum Hirn? Im Lama warst du im Hirn drinne. Deine Vision gibst du mir den Slurp nicht, du dummer... Warte, was ich verdient hast! Ach, nice, auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall richtig gut jetzt. Ich hab keine Muni! Hab ihn, hab ihn! Ah, fuck! Ich komme! Stein, beeil dich! Ja! Oh mein Gott! Alter, ich hab dir das Leben gerettet, du rettest mir das Leben! So funktioniert das hier gemeinsam! Sehr schön, Stein! Zieh mich jetzt so ganz schnell hoch! Stein, ich bin hinter dir! Junge, Zauber-Element! Ich weiß, dass du mich hören kannst! Wir holen das Ding jetzt! Geh direkt über uns, Stein! Die hatte ja nicht die Oberstler! Ja! Die hatte ja nicht der Oberstler! Die hatte ja nicht die 놀�ier! Die hatten ja nicht die Haul! Die hat ja nicht die Haul! Die hat ja nicht der Oberstler! Zauber-Element! 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 Dumm! Dann noch nach unten! Schlecht! Das war schon mal gar nicht so so schlecht. Ich glaube, wenn ich dann am Anfang vielleicht vielleicht was zum Healen bekommen hätte, anstatt das du es alles genommen hast. Egal, komm, wir versuchen das nochmal und jetzt lass einfach den Skin außen vor und wir spielen einfach eine ganz normale Runde Fortnite, okay? Haben einen Down? Okay, brauchst du Hilfe, Stein? Hab ich! Hab keine Mutti mehr! Ich hab keinen Schuss! Schöne mich! Digga, zwei Hits, Alter! 1 HP! 1 HP! Okay, Stein, vielleicht sollten wir doch dann träumen bleiben. Nein, wir spielen das jetzt nochmal, Stein. Wir spielen das jetzt nochmal, bis wir das gewinnen. Wir geben jetzt nicht auf! Abstauber! Ne! Hau ab! Weißt du, Stein? Manchmal muss man es einfach clever spielen, verstehst du? Ja, ja, ich weiß für Glück! Er kommt wieder! Ich seh ihn da vorne, aber ich werde ihn nicht angreifen. Natürlich, Alter, oh mein Gott, ich... Kleiner Oooo! Mann! Hab es gar! Hey, der Cube kippt um! Der ist unbegeht! Stein, wo bist du? Der Cube ist unbegeht! Wo bist du?! Beim Cube! Der weiß ich komm! Du, ich spiel gern wieder, dann das passt schon. EHHHHHHHHHHHHHHHHH! Junge, ich hab keinen Bock mit dir zu spielen, Stein! Wirklich, Mann! Ja, Junge! Was ja, Junge?! Was ja, Junge?! Was ja, Junge?! Nein, machen wir nicht, Digga! Ich hab keine Lust mehr! Du landest irgendwo anders und beschwerst dich dann bei mir, dass du keine Waffe hast! Das geht erst nach 6 Runden so, Alter! Baby, ich spiel! Warum? Schluckst du? 900! Scheiße! Er ist so low! Nein, ich bin leicht down! Ich bin leicht down! Ich bin leicht... Du kleine... Oh Mann! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Junge, du bist doch scheiße in diesem Game! Mann, ich hab keinen Bock mehr mit dir zu spielen! Wirklich nicht! Hey, Junge! Ja, genau das, was ich gesagt habe. Aber du kommst ja nicht. Ich lebe! Hör auf damit, das ist echt eklig, was du gerade machst. Hör auf damit! Ich weiß! Ich hab ihn... Oh mein Gott, Alter! Was für ein Snipe, Bruder! Ich weiß, ich weiß, ich hab ihn gesehen. Ich hab einen down! Nice! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, Stein! Jetzt läuft der Hase! Oh mein Gott, Digga! Ja! Alles gut! Jetzt können wir das Ding hier gewinnen! Einer ist down! Wo ist der andere? Nice! Sehr schön, Stein! So will ich das sehen! So, und jetzt kriegen wir für unten für dich vielleicht noch irgendwas zum Healen! Komm ich zu dir! Einer von denen ist richtig low! Der ist direkt vor uns! Wir müssen den anderen hier unten pushen, komm! Hab den anderen! Oh, schön, Alter! Das war sehr schön! Einer ist knockt! Ich muss hier irgendwo drin stecken! Ey, yeah! Sehr schön, Stein! Hier drin, hier drin! Einer ist super low! Einer ist super low, Stein! Hast du, hast du, hast du! Der, der ist, Standard-Skin ist super low! Standard-Skin ist super low! Der andere will mich finishen! NEIN! Stein, Alter! Ja! Ja! Man! Warum bist du so bad in dem Game? Der andere war sogar genockt! Oh Mann, Digga! Na ja! Gut, Leute! Man kann nicht alles haben, ne? Stein auf jeden Fall! Da wieder richtig reingeschissen mit dem Skin! Stuhlstein! Da sieht man mal, ein Skin ist nicht alles! Man muss noch ein bisschen Persönlichkeit haben, sag ich immer, ne? In diesem Sinne, Leute, war's von diesem Video! Ich hab keine Ahnung, was jetzt geworden ist! Irgendein Troll, Tryhard! Okay! Ja! Genau, das beschreibt's euch am besten! Tschüss!